Hi Vocals, Digga! Warmer Tee! Ich kenn noch schnell Pico. Du schaust das jetzt bitte für mich. Mach bei dem einfach hin und her. Weil die Lows sind normalerweise vom Pickel her immer niedriger als die Highs. Ja? Lass knacken. Moment. So. Du hast Jesus richtig angepisst. Hau dir mal fest gegen den Kopf, echt nur den Scheiß. Ach du Gott, Alter. Mach den Hope, du hast nämlich den Hope am Anfang, das How hast du tief gemacht. Und danach hast du so hoch gemacht. Mach bitte nochmal, ja? Der Punkt ist aber, guck mal, wenn du in das andere Wort reingehst, musst du ja irgendwann noch atmen oder halt eben eine Pause machen, weißt du? Ja, dann mach es mal in einem. Gucken wir mal. Viel besser. Love, Buddies. Love. Reiß im Hänger. Mal Pitch Scream oben drüber, bitte. Ja, geil, 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 geil. Ich würde nur prü- Ja, da ist ein Rack kap. Bis zum nächsten Mal.